Da werde ich nicht rauskommen. So. Haben wir freie Bahn. Oh mein Freund, dich seh ich. Mord! Fürchtet den G.I. Das macht dir Spaß, was? Der Stützpunkt steht mit dem Oberkommando der Nords in Kontakt. Helm, meinst du, du findest hier Informationen über Grand Admiral Hoffa? Bestimmt. Hinter dem Zaun da vorne sind Tiere. Wir könnten unsere Freunde mit ihnen ablenken. Was war das? Das war gar nichts. Du hast nicht das Geringste gesehen. Da sind sie. Stemmels. Wie sollen die uns helfen? Sie hassen enge Räume. Wir müssen sie nur rauslassen. Die Frage ist, wie. Und ehrlich gesagt, glaube ich, brauche ich das auch gar nicht. Weil ich alle schon erledigt habe. Tja, und jetzt? Ich wette, wenn ich da reingehe, greifen die mich an. Ich wette, wenn ich da reingehe, kann ich das auch gar nicht. Okay, kann man mal machen. Ja, so gefällt mir das. Ich hab's. So weit, so gut. Alles klar. Ach, guck mal da oben. Tja, wie komm ich da rein? Vermutlich weiter hier vorrücken. Super. Ich häng jetzt echt in den Backdrücken. Oh, okay. Ich wollte schon sagen. Okay, den machen wir schnell fertig da drüben. Super Schuss. Noch ne Tür. Ich hecke mich durch. Erstmal mitnehmen. Und da auch mitnehmen. So, dann machen wir den hier. Aufbauen. Okay, jetzt wird's rund gehen. Los, an die Flak. Hol ein paar Hoppers vom Himmel. Und ich. Okay. Ich höre zu den Misteln mehr. Ja, ich höre zu den Misteln mehr. Ich bin ein bisschen zu sehen. Bewege. 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 Rektor! Torwärts! Hier läuft's, Herr. Gleich geschafft. Ich denke, du kannst dir Zeit lassen. Sieht nicht so aus, als wäre hier sonderlich viel los. Ich hab ihn. Nicht sie raus, hier Rock. Zum Hohen, hilf! Hush! Mist! Wohin, Herr? Nur Paris. Laut der Daten, die ich gefunden hab, will er sich dort in drei Tagen mit jemandem treffen. So, die Mission ist beendet. Und ich würde sagen, ich mach hier auch mal ein kleines Ende. Für euch geht's entweder gleich weiter oder in der nächsten Folge. Also, bleibt dran und haut rein! Hallo und herzlich willkommen zurück bei Rooch Trooper. Wir setzen das ganze Spiel fort und schauen mal, wo wir jetzt landen. Nachdem wir ja unseren Freund hier gefunden haben. Und jetzt den Typen jagen. Ich hab den Namen vergessen, aber egal. Ich hab ihn kurz auf. Ich hab ihn kurz auf. Wir sind jetzt in der Nähe der Ausgangsbasis. Grand Admiral Hofer ist hier irgendwo. Laut meiner Daten gibt es hier eine Kathedrale. Erstmal eine Störpgranate nehmen. Da sehe ich schon Ziele. So, warte mal. Das wollte ich eigentlich nicht. Ich muss erstmal wieder mit der Steuerung klarkommen. Ich habe schon ein bisschen nicht mehr gespielt hier. So, wir können jetzt auch nochmal herkommen hier. Zeigt der sich nochmal? Guck mal, da ist noch einer. Und da haben wir auch noch einen. Ah, da ist noch einer an. Da oben steht auch noch einer. Komm, schau dann. Lass mich durchschnauben. Erstmal hier alles mitnehmen. Und immer schön auf die Karte gucken. Wir müssen höher rauf. Auf dieser Ebene geht es nicht weiter. Okay, dann gehen wir mal. Ich empfange seltsame Signale von der Ausrüstung dieses Nords. Seltsame Signale, aha. Bis auf, den hole ich mir jetzt. Das ist nicht gut, dass der da so steht. Den treffe ich nicht. Ach, ich habe ihn getroffen. Ich wollte gerade schon sagen, den treffe ich so nicht. Aber da hat er sein kleines Käpfchen gezeigt. Truppe, macht euch bereit. Morgen werde ich meine wöchentliche Inspektion durchführen. Und ich erwarte, dass die gesamte Anlage einsatzbereit ist. Erwartet du das ruhig mal. Erstmal alle ausschalten. Und dann sollten wir uns neue Sniper-Munition suchen. Denn das ist wichtig. So, jetzt sind wir da wohl durch das Tor, schätze ich. Falsche Tür. Ähm, warte. Und weiter geht's. 1 zu 0 für den sprechenden Hut. So, da wären wir Psyker auf. Wir haben sie alle erwischt. Such nach Upgrades. Was? Ja, ist ein Modul. Das, äh, schauen wir uns doch an. Komm, was soll's. Ich hab hier genug. Jetzt haben wir eine neue Waffe, oder was? Sehr schreckend. Ich hab hier genug. Ich hab hier genug.